Chalvea kocht heute ungarisches Gulasch. Es gibt ungefähr so viele Gulaschrezepte wie ungarische Hausfrauen. Meins funktioniert folgendermaßen. Zu gleichen Teilen Paprika, Zwiebeln und Fleisch. In diesem Fall gemischtes Rind- und Schweinefleisch, normalerweise nehme ich Beinfleisch, je ein Kilo. Knoblauchzehen, Paprika, fertig. Paprika schneiden, schönen Stifte, das ganze Kilo. Dann die Zwiebeln, wie das im Einzelnen geht, habe ich euch ja oben verlinkt, so wie immer. Knoblauch auseinanderpitteln, schön hacken, fertig. Dann werden zuerst die Zwiebeln glasig gedünstet. Wirklich glasig, niedrige Temperatur, sodass sie schön durchsichtig werden. Danach kommen die Paprika rein, das ganze wird noch ein bisschen zusammen gemixt. Salz ordentlich, Pfeffer ordentlich. Nochmal ein bisschen schwitzen, dann kommt das Fleisch da mit dabei. Und eine große Menge Paprikapulver. Viel Paprikapulver. Mit Wasser auffüllen, sodass alles bedeckt ist. Und dann kochen lassen. Eine Stunde. Knoblauch kommt später dazu. Wenn das gut aufgekocht hat, ohne Deckel, nach einer Stunde so, nach zwei Stunden so. Dann ist das wunderbar zart, das Fleisch und zerfällt. Und dann kann man das servieren. Ich mache das mit Nudeln. Hier das Gulasch dazu. Fertig. Ich hoffe, es schmeckt euch. Guten Appetit.